Moin, meine Kampfkumpel Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Planet Crafter. Ihr Lieben, in der letzten Folge waren wir ein bisschen unterwegs, haben uns das Raketenauto, das Raketenauto, das Raketenauto sind over gemacht und ich habe jetzt offline hier noch paar, ja, Energieteile hingepackt, damit wir ein bisschen versorgt sind. Beutelchen, könntest du mir noch ein, Beutelchen, du hast keine Fans, könntest du mir noch ein Schwarzpulver machen? Dann mache ich noch ein viertes Teil und dann sind wir mit Energie erstmal versorgt. So. Sehr schön. Habe ich denn? Ah ja. Oh. Oh. Na, den werden wir sofort bauen. Danke, Beutelchen. Was denn? Den Eigenteil. Blumenverstreuer. Beutelchen kümmert sich um die Blumen. Beutelchen ist das Butterblümchen. Hat Beutelchen gerade was geschrieben? Okay. Keine Ahnung. Ich habe ja auch in Schrecke geguckt, dann geht da immer die Schrift weg. So, wir haben auf jeden Fall sehr viel Legierung und sehr viel Wasser haben wir bekommen. durch das Entfernen von den anderen Teilen. Was wollte ich kraften? Was kam gerade vor? Algen? Ne, die Algen wollte Beutel machen. Kernreaktor. Ne, ich wollte das Eigenteil bauen. Damit wir das haben. Eigentlich kann ich ja die Alten behalten, wir die produzieren ja gut vor. Magnesium. Ich brauche mal zwei von den Freunden. Wir brauchen nur mehr Luftdruck. Ja, ich kümmere mich gleich drum. So, haben wir den Dünger schon gefunden? Nein, Dünger haben wir nicht. Zwei Stück Dünger. Eigen. Ja, okay. Ich brauche mal Schwefel, dann hole ich eine Ladung Schwefel. Ja. Schwefel werden wir jetzt brauchen wegen dem Dünger. Ja, dann hole ich Schwefel. Nimm doch das Fahrzeug mit, dann hast du mehr Platz. Ist es ausgeräumt? Äh, Beutel hat ausgeräumt. Beutel. Ja, ja. Beutel hat ausgeräumt. Ja, und wie sie ausgeräumt hat. Da ist noch was drin. Also gar nicht. Ja. Ganz toll Beutel. Ganz toll Beutel. Ganz toll Beutel. Wirklich sehr toll. Nicht so viel Schwefel. Hat man die Luft in dem Ding? Ich hoffe, du brauchst jetzt keine Eigenbeute. Brauchst du Eigen? Ich kann dir drei Stück geben. Ah ne, du hast Eigen. Also brauchst du keine Eigen von mir. Die kann ich verwenden. Sechs Stück. Beutel guckt gerade so, als ob sie verwirrt ist. Okay. Die ist verwirrt. Ja, das. Oh, jetzt habe ich schon wieder eins vergessen. Verwirrt. Das ist Beute. So. Eui, eui, eui. Ich brauche einmal Wasser. Huch! So, einmal Wasser. Zweimal die Peze. Hm. Pez, Pez, Pez. Ich habe doch hier irgendwo Pez gesehen. Pez. Und Silizium, glaube ich, brauchte ich. Nochmal kurz gucken. Jepp. Ach, ich brauche mehr, ne? Uhhh. Na, wer wird denn da wieder krank? Ja. Aber nicht von mir. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Der will schon deine Bakterien haben, um Gottes Willen. Wie sollst du an meine Bakterien rankommen? Du hast mich noch nicht mehr gefliegt in meiner Krankheit. Na, Gott sei Dank. Siehste? Das sind mal freunde Leute. Dich selbst. Ich habe gerade was anderes verstanden. Mhm. Kannst du mir denken. Ja, Beutelchen, das machst du fein. Was macht sie denn jetzt da unten? Arbeiten? Beutelchen, wenn du das jetzt abbaust. Okay. Baut sie einfach ab. Verkackt? Was hat sie abgebaut? Mein Eigenteil, was ich da hingepackt habe. Merke ich mir, Beutelchen. Na, sie wirst du wahrscheinlich besser positionieren. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Na, da, wo es tiefer denn ist. Da war es tief. Jetzt nicht mehr. Beutelchen ist einfach nur zu faul zum Laufen. Wieso? Man kann es doch weiter ranholen. Ist doch nicht so schlimm. Ich würde es auch tun. Ja, ja. Hm. So, Rakete sollte ich bauen. Oh mein Gott. Luftdruck? Ja, Luftdruck. Unbedingt. Wir brauchen Dingsbums. Erzextraktor 3. Dann haben wir ausgesorgt. Das ist alles schick. Und wunderbar. Und total toll. Das wird aber eine ganze Weile noch dauern. Wärme müssten wir auch mal hochschicken. Dann können wir Bora Stufe 4 bauen. Na, dann machen wir Wärme auch. Wir arbeiten uns zum Erzextraktor hin. Das wäre fantastisch. Oh, voll. Yay. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das überhaupt bauen kann. Und zwar nein. Weil wir kein Rot groß haben. Rot? Naja. Mangelware aber trotzdem. Guck mal, Rot liegt hier unten rum. Ich fahre hier voll fett an Rot vorbei. Aber ich bin Fuhl. Fuhl, Fuhl. Dann müssen wir das Fahrzeug weiter ausbauen. Au, au, au. Nein, ich hängen will. So, dann brauche ich noch einmal Legierung. So, dann kann ich die Luftdruckradkette hochschießen nochmal. Ich wollte eigentlich gucken, ob die Werte sich rufen. Na, wird schon schief gehen. So, ich hoffe, ihr seid alle in Sicherheit. Ich habe Schwefel. Alter. Ich habe Schwefel im Fahrzeug. Ey, komm schon. Nein. Doch. Alles für ein Arsch. Und weg ist die Rakete. Alter. Ist die jetzt gerade da gegen den Dings da geflogen? Ich glaube, das hat was gemacht, ja. So. Was brauchen wir für eine Wärmerakete? Ich bin rein, 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 rein. Im Fahrzeug ist nur noch Zeugs drin. Das muss man sehen. Wärmerakete. Kobold. Drei Stück. No, but it's just that. Gut, Gott, das nehmen wir. War denn jetzt das Rot? Ähm. Rot, Rot. Wir brauchen noch eine. Noch eine. Zweimal grün. Eins und drei. Dann können wir die Wärme packen. Und die Wärme ist bei 19, 1940. Gucken wir mal. Was? Ha. Guck mal, die fliegt gegen den Berg. Da ist keiner da. Ich bin wieder unterwegs. Ups. Vielleicht fliegt sie ja bei dir vorbei. Also sie müsste jetzt beim Schwefelgebiet sein. Ja, da bin ich. Muss nach oben gucken. Ich glaube, die ist schon weg. So, hat das jetzt was gebracht? Oh mein Gott. Oh, möglich. Oh, wir sind das hier so hell. Tut ja schon weh in der Euglein. Ja, das wird aber noch dauern, bis die restlichen Sachen kommen. Das wird dauern. Wir müssten Sauerstoff hochpushen. Wir müssten alles hochpushen. Nein, nein. Push, push, push. So, was haben wir hier? Boah. Dafür steigen die Pflanzen ganz schön rapide. So. Energie sind wir gut dabei. Wir müssten bald Seen haben. Ist irgendwie doch schon ein bisschen hell, ne? Ja, geh mal dabei ins Schwefelgebiet. Was ist hier irgendwie? So. Ich hätte gerne eine Karte, weil ich hier absolut nicht weiß, wo ich hingehe. Brauchen wir irgendwas, Beute? Oh, da hinten ist grünes Zeug. Uranbeutelchen. Wobei wir eigentlich Rot bräuchten. So. Sammeln wir ein. Rot. Oh, Beute, hier liegt Eridium. Brauchen wir. Ganz dringend. Sammeln wir die Absturzstellen ab. Na, komm. Na, da komme ich nicht hin. Hätte mir schon Feuer machen müssen. So, da ist grün. Hier sehe ich das. Ah ja. Big. Unklar. Aber warum sind wir denn nicht bei der ersten Rakete schon unterwegs gewesen? Noob. Hättet ihr auch einen fallen können? Hm. Ein guter Ding. Ups. Ja. Nein. Aha. Nein, man kommt da nicht hin, weil es so ungünstig liegt. Mhm. Oh, Beutelchen. Ja, Beutelchen, Tenetheit, verpackt sich selbst, um da reinzukommen. Ja, so muss man es machen. Oh, hier liegt... Entschuldigung, Leute. Das war unkontrolliert. Beutelchen, Iridium. Oh, Beutelchen ist bei mir. Da liegt auch Iridium. Ich bin voll. Beutelchen, ich muss mich entleeren. Ich hol mal das Fahrzeug gleich. Ach, ich kann ja nicht draus trinken. Man wird hier einfach nur in der Luft hängen. Zu unfair. Hängt hier einfach in der Luft und man kommt nicht ran. Wovon redest du? Von Schwefel? Von dem roten Bällchen. Iridium. Ja, rote Bälle. Iridium. Rote Bälle. Voll krass Iridium. Und hier sind grüne Bälle. Cool. Das sind Uran. Grüne Bälle. Oh ja. Hm. Hm. So. So, fahren wir mal weiter. Es war mir so klar. Iridium, in Hülle und Fülle. Ja, durchgepasst. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Oh, es geht hier wieder am Rande. Dann macht man mal Beutel, ich zeichne und ignorierte Tat. Richtig so, Beutelchen, würde ich auch machen. Nie wieder, Beutelchen, nie wieder. Das Fahrzeug braucht mal hier ganz dringend Sauerstoff. Jetzt wird es ja Gott sei Dank dunkel. Ich glaube, ich sehe da hinten noch Iridium liegen. Er hat das Licht ausgemacht, es ist dunkel. Da fliegt, glaube ich, schon Beutelchen hin. Er fliegt wohin? Zum Iridium. Ja, das kann nur Beutel sein. Soweit sehe ich jetzt hier nichts. Hier nichts. Ah ja, bei den zwei Steinen war sie. Die man irgendwie da nicht rausbekommt. Drei Steine. Dunkel. Gut. Nein, dunkel. So. Ich glaube, ich verbaue für das Fahrzeug noch ein Sauerstoffdings. Dass der Sauerstoff dann hat? Hä? Dass er dann Sauerstoff hat? Ja, dass man dann hier sich mal reinparken kann. Bitte macht das nicht zu, sonst kommt man hier mit dem Fahrzeug nicht mehr hoch. So, rot ist voll, sehr schön. Oh, rot wird voll, Leute. Feines Beutelchen. Ich habe noch mehr rot. Ich habe fast einen ganzen Schrank rot noch vor. Wo soll ich das hinpacken, Beutel? Neun Stück davon und dann ist wieder leer. Ja, deswegen müssen wir das immer sammeln, wenn wir eine Rakete hochschießen. Wo packe ich das jetzt hin, Beutel? Hier kommt aber auch nicht bei rum. Wo packe ich das denn jetzt hin? Beutel. Da. Guck. Viel. Wir haben wieder ein bisschen. So, und das Fahrzeug, Sauerstoff. Bekommt jetzt. Äh, Sauerstoff. Zweimal Sauerstoff und viermal Silizium. Haben wir Silizium? Habe ich bis jetzt nicht gesehen in dieser Welt, oder? Silizium natürlich. Nehmen Aluminium im Schrank. Cellulite? Acelo? Ja. Was, das brauchst du? Ja. Silizium oder Acelo? Das ist ein Unterschied. Ach so, ich meinte Cellulite, sorry. Ich brauche vier Stück. Cellulite? Okay, Fahrzeug können wir noch kein Dings machen. Na, da brauchen wir... Wieso geht das hier nicht? Das ist hart, das trägt ab mich. Ja, gar nicht. Schaddi. Ja? Wie viel brauchst du denn von den Celluliten? Vier. Vier? Oh, das... Vier Cellulite, dann ist das Fahrzeug mit Sauerstoff ausgestattet. Eigentlich würde ich eine finden, ja. Aber viere, ist das schottisch. Gucke ich mal wegen Gepäck. Äh, Stoff. Insgesamt viermal Stoff, ach du Heilige. Hm. Ja, wenige... Einmal Stoff. Gucken wir uns mal wegen Einmal Stoff um. Man muss ja nicht gleich übertreiben. Wo hat Beutig in Cycle... Ach, da. Okay, ne, alles in Ordnung, Beutel. Ich hab's gefunden. Habe ich schon wieder vergessen, wo das liegt? Und ich hab vergessen, wie das Rezept von dem Lager ist. Ähm. Jetzt brauche ich Silizium und Ligierung. Im oder Zeo? Silizium. Cellulite nicht. Okay. Keine Cellulite. So, einmal. Oh! Oh nein! Und... Silizium? Oh nein! Sag mir, dass wir hier schon waren. Nein, wir waren hier noch nicht! Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, ich brauch Sauerstoff. Hilf mir! Rette mich! In einer Eishöhle. Ich bin da irgendwo reingelatscht. Warte mal, wie latschig ich denn hier wieder raus? Es wird auch einfach sein, oder? Ich könnte mal was vorbeikommen und bauen. Also, wenn du sagst Sauerstoff. Eine Eishöhle. Eine Eishöhle. Nein, hier geht's ja auch nicht weiter. Ach, hier bin ich. Ich geh drauf. Was brauchen wir denn? Ich hoffe, du war lieb's noch. Oh, hier haben wir Sonnen-Collectings-Booms da. Ja, ich komme. Ich komme mit Fahrzeug. Du musst mich aber führen. Ja, Richtung Eisgebiet da, wo ich Dingsfin stellen wollte. Ein Erzextraktor, was aber nicht geklappt hat. Rette mich! Nein, jetzt sag mir nicht, hier ist noch eine Pfütze. Nein, hier bin ich draußen. Nein, hier bin ich ganz woanders draußen. Nein! Nein, ich werde nicht sterben. Ich habe das Sauerstoff im Inventuri. So. So bist du. Dann musst du mich währenddessen jetzt führen. Ich bin so voll. Warte. Zu unserem Eisteil? Ja. Bist du schon da? Ich komme mit Fahrzeug. Da kannst du auch was reinpacken. Dann können wir was hinbauen. Das Fahrzeug ist nur Arsch langsam. Ja, aber die Geschwindigkeit reicht, glaub mir. Ich bin schon mal schneller gefahren. Das war ausreichender. Hier? Ne, hier noch nicht. Glaub mir. Das reicht, wenn man sich überall mit dem Ding festfahren kann. Dann kannst du es ja dann befreien mit F4. Und ich glaube, den... Ne, warte mal. Warte, ich muss nachdenken. Warte. Das war hier nur eine Höhle, ne? Hier war nicht noch irgendwie so ein... Ich glaube, nein. Ne, das war hier nur eine Höhle. Okay, Rückwärtsgang. Saarstoff, hast du noch? Ja. 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 Hä, wo bin ich? Ich glaube, ich bin hier lang. Ich habe was gefunden. Denn so, weiß ich nicht. Die Kiste hatten wir, glaube ich, schon. Ich glaube, hier waren wir schon. Aber hier meine ich ja nicht. Doch, ich habe hier schon reingeguckt. Hier fehlt Chip. Und in den Kisten ist nur Schwachsinn drin. Ja, doch. Ich glaube, ja. Weil oben eine Eisschicht war noch. Mal gucken. Lucky Lucky, ja. Ja, da hinten am Bauch. Hier hast du dich entmüllt. Ich erinnere mich. So. Wo? Platz hast du ja, ne? Ja. Oh mein Gott, hervorragend. Dann bin ich hier lang. Ich weiß nicht, ob du... Was geht? Gucken wir einfach mal. Nee, das geht nicht. Nee, nee, hier ist... Hier muss man rüberfliegen. Okay. Musst du so mitkommen. Dann steht das Fahrzeug jetzt hier. Ja. Na, 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 na. Oh, da kann ich ja... Ach so, ja. Die kannst du nicht einsammeln, ey. Ist das gemein? Ja, du schwebst irgendwie drüber, wenn du rüberläufst. Dann wären wir nicht hier lang. Dann wären wir nicht hier hoch. Und dann war ich da. Hier, nämlich. Dann haben wir ein Chip da drinnen. Dann haben wir Kisten. Hier haben wir ganz viel... Sehr schön. ...von diesem Zeug mitgenommen. Das ist mitgenommen. Ja, da müssen wir, glaube ich, anders hoch. Hast du hier schon reingeguckt in die Kiste? Ja, die Kiste ist doch weg, ne? Okay. Na, dann hier wieder runter. Dann können wir andere Seite hoch. Da liegt ja auch noch... Ach so, da drüben willst du die Solar-Dinger da mitnehmen? Ja, nimm mir mit, die kann man verbauen. Okay, da stehen sie. Ich entlade mich mal so ein bisschen. Ach so, hast du jetzt irgendwas dabei für... Ich hab was dabei für Bau. Zum Atmen? Na, dann hau mal hin hier. Hervorragend. Sehr schön, ich sollte zwischendurch speichern. Was hast du? So, dann nehme ich das Fahrzeug mit. Das Fahrzeug wäre halt wirklich genial für... Sauerstoff gelegentlich tanken. Mhm, na. Na ja, da kannst du ja die... Ich geh mal hier hoch. Ja, okay, ich komm mit. Aber du wolltest doch Solar-Dinger einpacken. Ach ja, stimmt. Oder sind die blöd für Energie? Ja, das Fahrzeug ist eh... Ich hab keinen Platz mehr. Ich bin... Nee, ich... Voll. Voll, voll. Solar ist erstmal unwichtig. Wir gucken mal, was wir da drüben haben. Ja, Oranid ist am wichtigsten. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nö. Nix. Da oben ist die Kiste. Und schön Lirnsamen mit einsammeln. Das wird ignoriert. Nein. Brauchen wir ansonsten kommen, wenn ich weiter... Oh, gucke mal, ein rotes Stäbchen. Und Alubidium, dann brauchen wir auch mal mit. Ah, hier ist noch... Hurra-Dingsbums. Mein Gott. So weiter ist hier nichts. Siehste? Dringendst. Gut, dann müssen wir nochmal alle Kisten... Abklappern. Haben wir garantiert irgendwo stehen gelassen. Ich nehm immer alle Lirnsamen mit, Fräulein. Mhm. Das sind spezielle Dinger, die du brauchst für... Na ja. Ist das Ding schon voll? Ja. Aber wir können es noch einmal erweitern. Ja, ja. Aber jetzt kann er nicht. Und ich kann auch ein bisschen einpacken. Wir können dann noch nach unten, Luki, Luki, machen. Warte mal, wo ist denn hier der Eingang zum Sauerstoff-Tanten? So, aber bevor wir weitergehen, würde ich sagen, folgend Päuschen. Folgend Päuschen. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Oder sind wir von da gekommen? Nee, wir sind von da gekommen. Und sie fliegt draußen rum. Ich finde es so schön. Ich wollte auch gucken, nee, wir sind von da gekommen. Bis zur nächsten Folge. Tschö, bitte. Tschö, bitte. Tschö, bitte.